Hallo? Äh... Buca Pinto! Siabaini in Serrati Haran Siabaino! Cepatan Buca Pinto! Ah, Tahi! Ha ha ha! Es klappt! Reißt er oben? Los ans M.G! Nicht gut. Na, gar nicht gut. Boah, weiß kein Lieber. Das nenn ich mal auch Wumme. Ups. Okay, wir werden jetzt gleich mal schauen. Ah, da haben wir... Ah, geht gleich da in Deckung. Taugt mir nicht so. Probieren wir es mal da. Ja, der war geil. Der passt. Oh Gott, fragen die ist aber nicht einer geflogen, die Handgranaten, oder? Wo seid ihr meine Freunde? Kann man mir da eigentlich aussetzen? Was? Aha, nur mit... Ja, da wär schon drauf schießen müssen. Drei hat die Leute. Da nehmen wir die Micro SD wieder. Die hat ein bisschen mehr. Aber jetzt ist offen. Passt. Und du... ...bist auch des Todes. So, sehr fein. So, sehr fein. Einsteig an die Kanten. Alter Aufi! Was jetzt? Wo hab ich denn eine? Wo ist denn der? Schieß ihn mal, damit der Waffenwechsel macht. Oder halt... Munition. Da unten! Da unten! Sonst noch wer? Anscheinend nicht. Nein, hängen sie sich bitte an die Kante. Passt. Das hat dir mal Leichtigkeit überlegt. Mit Leichtigkeit. So, wir sammeln wieder natürlich. Weil wir werden sicher noch einige brauchen. Granate gibt's da keine mehr. Den wollen wir nicht... Was hast du gehabt? Nix, oder? 90 und 8. Bleiben wir bei den 90 bei der AK natürlich. Und jetzt müssen wir was machen. Tipp! Was? Nach oben? Okay, der Lauftakt überhaupt nicht dahin war soll, aber jetzt auch. Die Kisten sind, keine Ahnung, aus Titan oder was. Der Tipp zeigt uns an, dass wir da hin müssen. Wir werden wohl jetzt nicht da oben messen, um nachher zu Elena irgendwie aufzuklettern oder so. Da hinten um kann's gehen. Der Tipp ist wieder aufgeleuchtet. Ja, das bringt aber nicht sehr viel. Egal in welche Richtung ich schaue, der Tipp schaut genau gleich. Gut. Tipp. Ah, von der anderen Seite. Probieren wir das halt einmal. Und von da auch ich komme. Ja, Tippi hat dich schon verstanden jetzt. Was du willst von mir? Kann man da hinten irgendwie umgehen? Baum versperrten Weg. Der Deich wird drüben. Was über die Lianen auch. Ist das euer Ernst? Naja, das glaube ich nicht. Alter, überall wo hin, ich habe schwer geschossen auf die. So, Möglichkeiten zur Deckung. Ich glaube, dass das zu weit weg ist. Ich meine, dass da unten einfach vorschleichen müssen. Und wir. Laufen, laufen, laufen. Deckung. Und jetzt sind wir aus seinem Winkel außen. Der kommt jetzt auch zu mir oder nicht? Oder haben wir da drüben auch geklettern müssen? Ja, das habe ich mir gedacht. Sehr schön. Puh. Was ist? 9 Millimeter? Was haben wir jetzt? Das ist wieder so, alter Verwalter. Ja. So mag ich das. Aber wir nehmen bitte die AK wieder mit. Da kann man immer gleich wieder aufmagazinieren. Und aufhine mit uns. Gern mal, Kim. Was ist denn das? Gruß an den Tommy. Der hat sechs Gegner heimlich eliminiert und ich erste einen. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Ja, du sagst Scheiß. Ups. Und ab ins Wasser. Ja. Ja, ich frage mich das auch immer. Das ist ja irre. Passt. Gut, haben wir Kleinsicht. Es geht los. Bitte in Deckung bleiben. Hallo. Maa. Jetzt geh halt in Deckung da bei der Wand. Gibt's ja nicht. Ey, unglaublich. Alter. Was, was. Da. Frist das einfach. Okay. Dini tu's. Der ist weg. Die, die seitlich sind, habe ich immer gesehen. Gern weg. Kommst du ihn durch? Einmal her wieder. Ja, ganz fein. Super. Traum. Herrlich. Jetzt geht einer hinter meiner Deckung in Deckung. Das gibt's ja nicht. Ja. Jetzt hat er wieder die Säule als Deckung angenommen. Wer macht denn sowas Dummes? Und auf ein neues im Kellergewölbe da, was von der Installation schon lange nicht mehr aufgesucht worden ist. Jetzt schon habe ich die Aufnahmesession beenden müssen, weil ich gemerkt habe, dass ich mich einfach zu sehr aufgeregt habe. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. Ja, genau. Das haben wir gestern auch schon gehört. Oder ihr gerade vorher. So, heute werden wir das alles mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ah, die tut uns nichts. Das weißt du ja. Das Problem haben wir gestern auch schon gehabt, dass sie sich da... Das war sehr schön. Ich würde den da oben gerne mal wegkriegen. Aber ungefähr schaffe ich das mit meinem Aiming einfach nicht da. Oh, wie fühlt sich das ab? So, der ist weg. Sehr schön. Die da hinten noch. Das war gut. Ah, da ist es glaube ich da hinten oben noch gewesen. Ja, kriegen wir den von da. Sieh dich auch. Rechts unten aber ist wieder eine Zwargleichheit. Alter. Und leg die hin. Komm, komm. Hinter die Wand bitte. Jawohl, sehr schön. Und schieß mit dir. Jetzt haben wir da nicht mehr. Relativ eine gute Deckungsmöglichkeit da. Das ist halt echt das Problem, dass wir da mit AK relativ wenig Schaden machen. Aber, wo denn? Alter. Sehr schön. Ja, der hat ziemlich eingeschlagen jetzt da mit der Bump Gun. Ach, wir haben es geschafft. Pfui. Leicht stressig gewesen. Aber wir haben es geschafft. Tut die komplett da. Ja, kein Problem. Wir müssen jetzt gleich schauen, dass wir da ein bisschen Munition wieder aufsammeln, weil wir haben eigentlich gar nichts mehr. Ja, nehmen wir die. Das ist ja egal. Seien die jetzt da dispawnte Waffen. Wir sollten eigentlich genug umliegen. Vor allem auch AK-technisch. Weil da haben wir zehn Schuss noch. Das ist nicht gerade die Welt. Naja. Schauen wir mal lieber, wo wir rauskommen. Irgendwie müssen wir wahrscheinlich da rein. Da oben ist nämlich was zum Drehen. Kommst du von da rein? Nein. Ich glaube, dass es da was mit den Plattformen zu tun hat. Ich muss gerade den Bildschirm von mir ausmachen. Es ist viel feiner zum Spielen, wenn es nicht immer blendet. Kannst du da nichts machen, Drake, bei denen? Nein. Nichts. Irgendwo kriegt einem auch nichts. Nichts. Alter Verwalter. Da haben wir es reingeputzt. In der Säule. Ich habe keine Idee. Höchstens, dass wir von da auch. Jawohl. Und dann. Da um mich. Jetzt würde mich aber schon interessieren, was da gelegen ist. AK, die holen wir uns. Elf Munition haben wir gekriegt. Passt. Ja, lass dich ein bisschen rum jetzt, Drake. Das nutzt nichts. Und zack. Sehr schön. Da haben wir auch nochmal AK. Sehr fein. Jetzt sind wir mit ein bisschen in Butter da. Mit der Munition. Und schnell drucken, schnell drucken. Bleibt das oben oder? Ja, bleib oben. Okay, schauen wir uns da gleich um. Da oben. Ist normal so ein Winde. Da können wir auch klettern. Auf der Seite. Springen wird das da nichts bringen. Nein. Okay, da ist nichts. Na super, Schwimmen. Nein, ich liebe es. So mein Lieber, kommst du da jetzt auch hin? Nein, da passiert überhaupt nichts. War das jetzt schon ein Fail? Aber da kommen wir rauf. Ja, da kommen wir rauf. Sehr schön. Sehr schön. Einmal nach oben. Ups. Mag ich nicht. Dann springen wir halt da um mich. Und dann betätigen wir die. Ups. Muss ich euch ziemlich schnell drucken. Aha.